So, jetzt bin ich in unserem neuen Wohnwagen. Also meine Stimme ist ein bisschen belegt, weil ich ja schon voll fest war. Und jetzt stehe ich gerade in unserer Dusche, also noch nicht ganz, das ist im Grunde nochmal unser Bädchen. Da ist unsere Dusche, also wird es später mal sein. Da ist unser Kleiderschrank, da kann man auch irgendwie Licht ermachen. Aber wo, weiß ich nicht. Achtung. Und schon geht es ins Schlafzimmer. Das ist die Mutti. Wo sind wir? Wo sind wir? Steunenbrunnen. Ja, das ist beruhigend. Auch diese Frösche von dem anderen, diese großen Würfel. Ja, das sind die Versuche, jedermanns Geschmack zu treten. Ja, so ist es. Das ist halt was vom Kästchen. Ich wollte dir nur was zeigen. Kannst du auch noch was verstecken? Für die Drohne. Drohne oder deine Weine oder mein Hund. Nein, nein. Da ist nichts. Da, da kommt es. Jetzt. Ja, da ist sie in England immer eingefädelt mit der armen Lehne. Ja, da bin ich da immer reingekommen, da kam ich nicht mehr zurück. Bin ich jetzt blöd? Kann man das Fenster nicht aufmachen? Geht immer. Es geht nicht immer. Wenn es dem Abstrahlschalter vor dem Gebäude steht, dann ist es in der Zaube. Da kommt unser Fernseher nach. Ja, irgendwann ist WM, Manu. Dann bleibst du zu Hause. Dann fährst du selber. Dann fahre ich mit ein paar Frauen in den Urlaub. Was glaubst du? Das ist wirklich faszinierend. Der Ausblick in den Raum. Ja, das ist irre. Das hast du bei einem normalen. Du hast nur ein dunkles Loch dahinten. Das ist geil. Herrlich. Jetzt noch ein letztes Mal rein. Kühlschrank, schon mal fotografiert. Ah, der Kühlschrank. Danke. Das ist großartig. Der ist sowas von süß. Ganz toll. Und die gehen auch alle wunderbar, wie teure Küchen. Oh Gott, der ist sogar schon drin. Ah, naja. Achtung. Super. So. Achtung. Boah. Genial. So. Jetzt haben wir eine Wohnmobilkraft. Unterschrieben. Unterschrieben. Wann kommt es? Dezember, Januar. Im Januar kommt es. Sieht ungefähr so aus. Ja, wir sind glücklich, glaube ich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich bin ein bisschen müde, aber wir sind glücklich. Jetzt geben wir euch ja Durst. Ich bin ein bisschen müde. Alter hablar. openly gemelimme mía. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin ein bisschen müde. Sehrars translatedhelm.